LUMOS Kapitel 184 Mächtiger als Merlin Einen Moment lang sah Jean ziemlich irritiert drein, dann jedoch wedelte sie Lillys Kommentar mit einer nachlässigen Handbewegung beiseite. Keine Ahnung, was ich da gesehen habe. Ich dachte, es wäre eine Katze. Aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, kann es auch was anderes Pelziges gewesen sein. Glaubst du, McGonagall treibt sich während der Nacht incognito als Animagus im Schloss herum? fragte Lillie zweifelnd. Was, die? Jean schnaubte. Das glaube ich kaum. Für so etwas ist sie sich zu schade. Nein, das ist eindeutig was für Filch. Also nicht dieses Animagus-Ding, meinte sie lachend. Filch ist doch ein Squib, oder? Er muss jemand anderen losschicken, um für ihn zu spionieren. Also fällt seine Wahl unweigerlich auf Mrs. Miller. Sie zuckte mit den Achseln und begann, sich auszuziehen und Bett fertig zu machen. Die Hauselfen hatten wie immer gewusst, dass eine Schülerin im Anmarsch war und hatten Lillys Bett frisch bezogen. Zehn Minuten später war das Licht gelöscht und die beiden Mädchen glitten in einen tiefen, erschöpften Schlaf hinüber. Jean, weil sie noch wenige Stunden zuvor um ihre Gesundheit, wenn nicht gar ihr nacktes Leben hatte, kämpfen müssen, und Lillys, weil die unruhige und ruckhafte Fahrt in dem verzauberten Bus ihr den letzten Nerv geraubt hatte. Der Morgen war schon weit vorangeschritten, als die beiden endlich Severus begegneten. Dieser hatte sich ebenfalls aufgemacht und sich hinunter in die große Halle zum Frühstück begeben. Er verzog keine Miene, als er Lillys erblickte, was Jean in ihrer Ahnung bestärkte, dass er deren späte Rückkehr in der Nacht zuvor mitbekommen hatte. Die beiden ehemaligen besten Freunde begrüßten sich respektvoll, jedoch auch ein wenig argwöhnisch. Zumindest ließ sich Severus dazu überreden, mit ihnen am Gryffindor-Tisch Platz zu nehmen. Frohes neues Jahr übrigens, zwitscherte Lillys, gezwungen fröhlich, nachdem sie sich schwungvoll gesetzt hatte. Oh, das habe ich völlig vergessen, erwiderte Jean mit deutlich höherer Stimme als die, mit der sie normalerweise sprach. Dir auch ein frohes neues Jahr, Lillys? Severus murmelte etwas Undeutliches, was wohl daran lag, dass er die letzte Ecke seines Käsetoasts noch nicht heruntergeschluckt hatte. Um das Eis zu brechen, informierte Lillys die beiden anderen über die neuesten Eskapaden ihrer älteren Schwester, was Severus mit einem wissenden Augenrollen quittierte. Er kannte Petunia zu Genüge, größtenteils aus den Erzählungen Lillys, da er persönlich sie stets gemieden hatte, wie Merlin frische Unterwäsche. Diesmal konnten selbst unsere Eltern nichts mehr retten, fuhr Lillys achselzuckend in ihrer Plauderei vor, während sie dick Butter auf einen Dreieckstoast strich. Niemand hat mich aufgehalten, als ich mit meinen Sachen in die Nacht hinaus bin. Naja, hat wohl auch keiner so richtig mitbekommen. Keine Angst, ich hab nen Zettel dagelassen, sagte sie schnell, als sie Jeans erschrockenes Gesicht sah. Sie wissen also, dass ich zurück zur Schule bin. Aber wissen sie auch, dass du gut hier angekommen bist? Severus sah sie mit streng zusammengezogenen Augenbrauen an. Hast du ihnen schon eine Eule geschickt? Wie sollte ich das denn machen? Als ich in Hogsmeade ankam, war es mitten in der Nacht und das Postamt hatte zu, verteidigte das Mädchen sich. Aber falls es dich beruhigt, ich werde gleich nach dem Frühstück in die Eulerei hinaufgehen und einen Vogel losschicken. Sie griff nach der Marmeladenschale. Die können sich doch denken, dass mir nichts passiert ist. Ich hätte nach Hogwarts trampen können, solange ich meinen Zauberstab zur Hand habe, kann mir keiner was. Trampen ist auch für junge Hexen und Zauberer gefährlich, begehrte Severus auf. Erinnerst du dich an das junge Mädchen, das letztes Jahr in der Nähe von Corkworth erwürgt aufgefunden wurde? Schockiert blickte Jean von einem zum anderen. Ich erinnere mich sehr gut daran, betonte Lily Count und mit ausgestrecktem Finger. Aber das war keine Hexe. Wäre sie eine gewesen, hätte es bestimmt nicht mit ihrem Tod geendet. Mach es dir da mal nicht so leicht, widersprach Severus. Der Kerl muss dir bloß deinen Zauberstab entwinden, dann war's das. Mit einem Grund übrigens, weswegen ich frühzeitig damit begonnen habe, lautlos zu zaubern. Das Überraschungsmoment ist größer, wenn einen keiner hört. Es erschloss sich Jean nicht ganz, wie das von Nutzen sein konnte, wenn man ihn bereits seines Zauberstabs beraubt hatte, doch sie sagte nichts. Sie wollte das Gespräch zwischen den beiden ehemaligen Freunden nicht unterbrechen, solange es nicht in einen neuerlichen Streit mündete. Stimmt, das hattest du vor. Lily sah ihn auffordernd an. Und? Wie machst du dich? Ich kann nicht klagen, antwortete der dunkelhaarige Junge und strich sich einige Strähnen hinters Ohr zurück. Bei den meisten einfachen Zaubersprüchen klappt es inzwischen ganz gut. Noch erfordert es eine Menge Konzentration und ich bekomme nach wenigen Minuten schon Kopfschmerzen, aber wenigstens funktioniert das. Was ist mit dir, Jean? wandte sich Lily an die Freundin, die neben ihr auf der Bank saß. Kannst du zaubern, ohne dabei die Lippen zu bewegen? Jean, die sich gerade ein Stück Tomate in den Mund geschoben hatte, kaute konzentriert zu Ende, bis sie antwortete. Ich kann es, seitdem ich hier bin, beziehungsweise seitdem ich einen anderen Zauberstab benutze, präzisierte sie. Aber das habe ich erst nach und nach herausgefunden. Soll das bedeuten, du hast das stumme Zauber nie aktiv geübt? Lily machte große, ungläubige und auch ein wenig neidische Augen. Genauso ist es, bestätigte Jean. Früher wollte ich das auch immer gern können, wie die Erwachsenen, die schon seit Jahrzehnten einen Zauberstab besitzen. Als ich hier ankam, hatte ich das aber irgendwie wieder vergessen. Ich habe mich auf andere Dinge konzentriert, alles war so neu und aufregend. Sie goss sich Tee ein und versuchte, sich dabei zu erinnern. Tja, und dann ist mir nach einiger Zeit aufgefallen, dass es von ganz allein passieren kann. Ich denke da gar nicht drüber nach, wenn es passiert. Auch bei komplizierten Sprüchen? Wollte Lily wissen und sah sich nach Zucker für ihren eigenen Tee um. Severus reichte ihr die Dose, redlich darum bemüht, dass sich ihre Fingerspitzen dabei nicht berührten, was auch Jean nicht verborgen blieb. Ja, gab die Angesprochene nicht ganz ohne Stolz zurück. Gerade bei komplizierten Sprüchen, komischerweise. Was aber noch besser ist, ich muss manchmal gar nicht den genauen Wortlaut des Spruchs kennen. Es reicht, wenn ich, wie soll ich sagen, den Wunsch nach dem Ergebnis meines Handelns in Gedanken formuliere. Was? Dazu ist der fähig? Lily deutete auf Jeans Umhang, unter dem sich in der Innentasche ihr Älderstab verbarg. Es klappt nicht immer, versetzte Jean kleinlaut und weil sie glaubte, zu dick aufgetragen zu haben. Aus Holunder geschnitzte Stäbe sind noch zu viel mehr fähig, prophezeite Severus düster. Jean zaubert nach einigen Angaben erst seit zwei Monaten damit. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst mit dem Teil schon Jahrzehnte ausgestattet. Deine Hand sozusagen damit verwachsen. Stell dir vor, du wärst Dumbledore. Du wärst mächtiger als Merlin. Jean sah ihn ernst an. Ich hatte deinen Stab ja auch schon in der Hand, sprach Severus weiter. Für gewöhnlich erzieht man keine besonders guten Ergebnisse mit dem Zauberstab eines anderen, zumindest nicht in unserem Alter. Da kann viel schief gehen. Ach, ist das so? Lillys Hand mit dem Toast hing neben ihrem halb geöffneten Mund in der Luft. Marmelade tropfte in ihre Teetasse. Severus und Jean nickten gleichzeitig und im Takt. Lillys sah von dem einen zu der anderen und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Übrigens bin ich mir dessen bewusst, dass du die letzte Nacht im Gryffinderturm verbracht hast, meinte sie dann urplötzlich an Severus gewandt. Jean meinte, ich wäre im Hause Slytherin nicht mehr sicher, parierte dieser sofort. Und ich denke, sie hat recht damit. Für Jean hörte es sich verdächtig danach an, als hätte er sich die Worte im Vorhinein zurechtgelegt. Allerdings waren im Laufe ihres Gespräches drei Dermstrengs am Tisch der Slytherins erschienen, darunter Sergei. Der junge Russe sah übernächtigt aus und hatte mehrere Blutergüsse im Gesicht, aber zumindest war er nicht im Krankenflügel. Sie fragte sich, ob Drood und Branko sich ihrerseits frei im Schloss bewegen konnten. Allerdings, wenn Sergei es konnte, konnten die beiden anderen es höchstwahrscheinlich auch. Severus hatte Glück, er saß mit dem Rücken zu seinem Haustisch. Jean bekam jedoch den ein oder anderen hasserfüllten Blick von gegenüber ab. Sind das die Typen von gestern? wisperte Lily, der Jean kurzzeitiger Ablenkung nicht verborgen geblieben war. Einer von denen, raunte Jean ihr unter gesenkten Lidern zu. Dann stieß sie sie mit dem Ellbogen an. Guck nicht so auffällig rüber. Ja, bisher fand ich Sergei immer ganz in Ordnung, beziehungsweise ist er mir nicht besonders negativ aufgefallen. Doch im Kerker war auch er wie ein Tier. Darko und Nilsen haben inzwischen wohl alle anderen so manipuliert, dass sie sich gegen uns stellen. Immerhin vermied Severus es, einen Blick über die Schulter zu werfen und beschäftigte sich stattdessen damit, Lily frischen Tee anzubieten. Diese bedankte sich artig, sie habe noch genug. Alle bis auf Bredika, hoffe ich zumindest. Jean seufzte. Um noch einmal auf das Thema von eben zurückzukommen, meinte Lily gedehnt. Innerlich verdrehte Jean die Augen. Es war eine Sache, mit Lily allein über sich und Severus zu sprechen, jedoch eine ganz andere, wenn der Gegenstand ihres Gespräches beziehungsweise das Objekt ihrer Begierde mit am Tisch saß. Sie versuchte, ihrer Freundin nonverbal zu verstehen zu geben, dass es sie peinlich berührte, wenn diese aus dem Nähkästchen plauderte, doch Lily schien viel weniger schambehaftet zu sein, was das Thema anging. Tut mir leid, dass ich so komisch war vor den Ferien, wandte der Rotschopf sich jetzt an Severus. Ich habe Jean wehgetan und du warst derjenige, der das ausbaden musste, abgesehen von ihr selbst natürlich. Seth, ich würde das Kriegsball zwischen uns beiden wirklich gern endgültig begraben, aber das liegt nicht an mir allein. Es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber wenn ich daran denke, mit was für Leuten du dich mittlerweile umgibst und … Du hast in den letzten Wochen nicht viel von mir mitbekommen, unterbrach Severus, wobei er sich sehr gerade hinsetzte und dabei mit beiden Händen über seinen Umhang strich, als wollte er jeglichen Fehl und Tadel von sich abstreifen. Also schätze ich, dass du gar nicht bemerkt hast, wie ich Mold Zipper und den anderen aus dem Weg gegangen bin. Ich … Wollt ihr das nicht vielleicht an einem anderen Ort besprechen? Jean rieb sich unangenehm berührt die Oberarme, wo sich eine Gänsehaut entwickelt hatte. Ich rechne damit, diese Woche noch einen Ausflug nach London zu machen, erläuterte sie ihre Idee. Dann könnt ihr euch in Ruhe zusammensetzen und über solche … … delikaten Dinge reden. Beide zuckten nur mit den Achseln und plötzlich herrschte wieder angespanntes Schweigen. Wie das Wetter heute wohl wird, murmelte Lily einige Augenblicke später, reckte und streckte sich und hob den Kopf zur verzauberten Decke empor. Noch ist es nicht ganz hell draußen. Wollen wir vielleicht gleich einen Spaziergang machen? Wir könnten Hagrid besuchen, den hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich muss ihm unbedingt ein frohes neues Jahr wünschen. Beim Namen des Wildhüters zuckte Jean unwillkürlich zusammen. Nein, Hagrid hatte sie seit ihrer Ankunft in Hogwarts der 70er Jahre erfolgreich gemieden. Sie wollte ihn nicht besuchen. Der Gedanke schmerzte sie immer wieder aufs Neue, doch es war besser so. Hagrid war nicht gerade das schärfste Messer in der Schublade und hatte, soweit sie sich erinnerte, auch keine gute Menschenkenntnis. An seinem Gesicht der Gedächtnis war jedoch nichts auszusetzen. Es war besser, so wenig wie möglich mit ihm zu tun zu haben. Verzweifelt wandte jetzt auch Jean ihre Augen nach oben zur verzauberten Decke. Konnte nicht eine schnelle Eule aus London auf dem Weg zu ihr sein? Doch natürlich war ihr klar, dass es noch viel zu früh war, um auf eine Antwort von Christopher zu hoffen. Frühstens gegen Abend, vielleicht erst am nächsten Morgen. Auf den großen Ocker habe ich ehrlich gesagt so überhaupt gar keine Lust, kam Severus Jean unverhofft zur Hilfe. Der hat mir neulich von seinem sogenannten Weihnachtsgebäck angeboten, woraufhin mir eine Ecke von meinem Backenzahn rausgebrochen ist. Madame Pomfrey hat es wieder gerichtet und mir gleichzeitig verboten, nochmal irgendwas von ihm anzunehmen. In der Weihnachtszeit hat sie immer Regenzulauf an Schülern, die sich an seinen Kreationen die Zähne ausbeißen. Und mir sagte er, die seien nach dem Rezept seiner Mutter. Die muss eine Riesin sein. Jean lachte, doch Lily verzog das Gesicht. Sie mochte Hagrid, und das tat die Hermine in Jean ja auch. Zu viele Aufeinandertreffen erschienen ihr jedoch zu gefährlich. Andererseits war da immer noch Severus, der sich in der Zukunft bestimmt nur allzu gut an sie würde erinnern können. Warum also betrieb sie überhaupt noch den Aufwand, bestimmten Leuten aus dem Weg zu gehen? Jean konnte es partout nicht sagen. Es war so ein Gefühl. Lediglich ein Gefühl. Innerlich noch immer kopfschüttelnd darüber, dass es dem großen Oger auch nach 20 Jahren anscheinend nicht gelungen war, seine Koch- und Backkünste zu verfeinern, versuchte auch sie jetzt, sich eine Unternehmung auszudenken, an der alle drei Spaß haben würden, und die sie enger zusammenschweißte, als bloß in der Bibliothek zu sitzen und sich gemeinsam Wissen anzueignen oder vor dem Kamin im Gryffindor-Turm zu sitzen und Karten zu spielen. Irgendwann hatten sie fertig gefrühstückt und warfen abwechselnd nervöse Blicke zum Tisch der Slytherins hinüber. Würde man sie einfach so gehen lassen? Oder würden sie sich draußen in der Eingangshalle einem Pulk wütender Dormstrangs gegenübersehen? Doch überraschenderweise geschah gar nichts. Sergei blieb am Slytherin-Tisch sitzen, scheinbar ohne dem Abgang der drei Beachtung zu schenken. Wohin sollen wir jetzt gehen? fragte Jean noch immer beunruhigt, als sie, Severus und Lily unentschlossen am Fuße der Marmortreppe stehen blieben. In die Bibliothek? Wieder zurück in unseren Turm? Severus enthielt sich einer Antwort. Ratlosigkeit stand ihm ins Gesicht geschrieben. Im Kerker sollte er sich jedoch tunlichst nicht blicken lassen in den nächsten Tagen, darin zumindest war das neu zusammengewachsene Kleeblatt sich einig. Ich habe eine Idee, jauchzte Lily plötzlich. Ihr werdet sehen, das wird euch auch gefallen. Es ist eine Neujahrstradition, die ich aber am liebsten in Hogwarts ausführe, und nicht zu Hause, wo ich an dem Tag für gewöhnlich bin. Severus, der Lily schon ein paar Tage länger kannte als Jean, wirkte mit einem Mal äußerst verstört, bekam darüber hinaus ziemlich rote Ohren. Neujahr ist bereits um, Lily. Es ergibt keinen Sinn, einen Neujahrsritus durchzuführen, wenn der Tag längst vorbei ist. Blödsinn, Seth, widersprach Lily. Ich habe das immer am ersten Montag im Januar gemacht, wenn wir aus den Ferien zurück waren. Also immerhin zweimal. Das ist doch ein Brauch, oder? Erwartungsvoll blickte sie ihre Freundin an. Äh, machte Jean und versuchte verzweifelt, aus Severus' seltsamen Gebaren schlau zu werden. Sie liebte Lily dafür, dass diese frischen Wind in die nur von diversen Gewaltaktionen der Dermstrengs unterbrochene Langeweile der Winterferien brachte, doch das Mädel war manchmal auch einfach zu feurig und übereifrig. Was? Lily nahm sie an der linken und Severus an der rechten Hand und zerrte beide in Richtung der riesigen Eichentüren. Herrlich, rief sie dem fetten Mönch zu, der gerade mit Kurs auf das Büro des Hausmeisters an ihnen vorbeischwebte. Wir gehen eisbaden, Nox! Den Kanal und mich kannst du durch PayPal, die Amazon Wishlist oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen. Hier hast du tolle Vorteile, Geschenke und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig. Bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.